Hi, ich hatte gerade ein Einzelcoaching mit Marco Polo und ich muss jetzt sagen, ich bin seit langer Zeit Single, seit 17 Jahren und es hat mir jetzt echt einiges gebracht, weil ich habe mich vor allem nicht getraut, so richtig die Frauen anzusprechen und habe jetzt dadurch irgendwo mehr Freude dadurch wieder Frauen anzusprechen und ja, also ich kann es euch nur empfehlen, es ist eine gute Sache, also ich habe jetzt auch festgestellt, auf was man achten muss, auf was man Wert legen muss und ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall an mir arbeiten und weiß jetzt mal meine Fehler und ja, auf jeden Fall ich kann es nur gut weiterempfehlen und es war super. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir.